und willkommen zurück zu let's play essence creed unity mit mir so wir sind dabei die storyline zu machen haben gerade unseren nächsten größeren gegner beseitigt und will ich mal ganz kurz hier die automaten mal schnell den findler besuchen um die consumer builds aufzuführen und dann gleich zum nächsten teil der mission die Was hat der Hustl? Warum sendet er das Teil-Basee-Mödel-Tor? Mit dem Blick. Das ist der Punkt-Torbe. Die Hungerzeit. Krisenfest im Griff einer Wundersnot und scheint alles Teil von Jamais Plan zu sein. Finde die Verantwortlichen und setze dem Ganzen ein Ende. Oh, dann ist sie dies. Was weißt du über Getreidehändler? Ich freue mich auf dich zu sehen. Die meisten von ihnen sind derzeit sehr arm. Warum? Ich habe eine Spur zu Jamais. Er lässt eine Frau namens Marie Getreide aufkaufen und leitet es zu einem privaten Dock um. Marie Levesque? Du kennst sie? Die Levesques sind seit dem dritten Kreuzzug Templer. Marie war die einzige, die gegen Germains Exil stimmte. Überrascht mich nicht, dass sie zu ihm hält. Hast du eine Ahnung, wo wir sie finden können? Nicht direkt, nein. Aber das bisschen Getreide, das zur Zeit Paris erreicht wird, an den Docks am Hotel de Ville entladen. Klingt gut. Dort beginne ich. Vielleicht finde ich etwas über Madame Levesque heraus. Aber pass auf dich auf, Leves. Wie ich das für dich gleich wieder retten muss. Ich bin ein Zeug. Ich bin ein Zeug. Ja, ich bin ein Zeug. Dann verfolge ich eben mein Wort. Soll ich rüberkommen und die eine verpassen, du Spinner? Das ist jetzt ein bisschen lichter. Achtung! Wohl, verdammt noch mal! Scheiße. Dann habe ich irgendwo Müll gebaut bei... ... was hier in dieses Hinnennässes. Scheiße. Dann verfolge ich eben mein Boot. Backfall! Ja! Ja, get out, du! Oh, Mann. Ah, jetzt hast du keine Füße gekriegt. Okay, da war nur wichtig, dass ich die Oberroute... Hier, Madame. Gut. Und mein Befehl lautet, euch zu erinnern, dass einer der Säcke undicht ist. Äh, ja, Madame. An die Arbeit! Was war denn das? Anhalten! Auf ein Wort! Was ist denn mit dem Affenjungen da drüben los? Gemeinheit! Anhtar! Was ist das? Okay. 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 Such a good one. Okay. Yeah. Okay. Okay. Das ist meine patriotische Pflicht! Zu langsam! Träge die Molasch! Danke sehr. Das ist eine große Herausforderung. Das ist eine große Herausforderung. Das ist eine große Herausforderung! Das Palais du Luxembourg, hm? Was genau hast du da vor? Und so haben wir auch diese Mission erfolgreich gefüllt. Dann singen wir uns beim nächsten Mal. Dann singen wir uns beim nächsten Mal.